So stellen wir uns Handwerker in der Versorgungstechnik vor. So sind sie wirklich. Ein Film über die Daume-Gruppe. Bei der Daume-Gruppe arbeiten über 1000 Mitarbeiter und alle sind gepflegt. Es gibt über 20 Standorte in ganz Deutschland. Darunter in den Metropolen München, Berlin, Hamburg und natürlich Leinefelde-Worbis. Die Daume-Gruppe besteht aus mehreren erfolgreichen Handwerksunternehmen mit eigener Geschichte, die alle durch einen einheitlichen Auftritt als Gruppe erkennbar sind. Wir statten Gebäude mit Technik aus und machen sie dadurch lebenswert. Nicht solche, aber solche. Bei uns gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Jobs. Anlagenmechaniker, Systemplaner, Bauleiter, Schweißer, Einkäufer, Projektkaufleute, Projektleiter, Buchhalterinnen, Justizare, Personalreferentinnen. Und sogar Einmaler. Danke. Bei uns arbeiten natürlich Frauen und Männer. Alle unsere Berufe sind sinnvoll. Deshalb ist auch eine Ausbildung bei der Daume-Gruppe sinnvoll. Genau. Wir bieten selbstverständlich umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an. Ah! Natürlich arbeiten wir auch mit innovativen Arbeitsmethoden wie BIM, Lean Management oder Vorfertigung. Das ist so eine Baustelle. Natürlich achten wir auch immer auf das richtige Arbeitsklima. Qualität und Zuverlässigkeit sind uns wichtig. Dafür wurden wir auch ein-, zweimal ausgezeichnet. Wenn wir unseren Job gut gemacht haben, sieht man das häufig nicht mehr. Aber man kann es spüren. Entschuldigung. Früher ist Herr Daume mit dem Fahrrad durch das Dorf gefahren und hat Material verkauft. Heute läuft das anders. Das ist übrigens unser größtes Fahrzeug. Und das unser kleinstes. Überhaupt sehen Daumemitarbeiter unsere Fahrzeuge überall. Von Tante Erna bis hin zur Großbaustelle bedienen wir die unterschiedlichsten Kundengruppen. Hallo, Tante Erna! Außerdem bieten wir selbstverständlich flexible Arbeitszeiten an. Guten Morgen, schönen Feierabend. Homeoffice ist auch möglich. Natürlich nur, wenn es Sinn macht. Wir von der Daume-Gruppe sind tatkräftig, versiert, neugierig und wirkungsvoll. Das war ein Film über die Daume-Gruppe. Gemeinsam machen wir Gebäude lebenswert. Das war ein Film über die Daumen-Gruppe. 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 Das war ein Film über die Daumen-Gruppe.